die freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen runde von minecraft und zwar werden wir eine expedition starten deswegen werden wir uns mal das ganze zeug hier mitnehmen und werden eine expedition starten warum erkläre ich euch gerne und zwar folgendes unser neta war sind unsere neta war zu fahren funktioniert ganz gut ja ich kann sie einmal hier noch mal zeigen ja also wir können hier unsere warzen einfach ab farmen dann müssen wir die wohl neu setzen da gibt es leider keine möglichkeit dass mit redstone vernünftig zu machen alles was man mit redstone machen würde wäre wahrscheinlich hinderlich was wir auf jeden fall gemacht haben ihr hört es leicht im hintergrund das ist ein leichtes wasserbleck schon sage ich jetzt mal das zeige ich euch gleich so ist haben wir alles eingesammelt und jetzt haben wir die neta war zu was wir machen mit denen da war zum schmeißen einfach da rein die sind jetzt nicht weg sondern ganz im gegenteil ich muss sie jetzt nicht einsortieren sondern ihr hört es jetzt gleich und ihr seht es jetzt gleich auch da kommen sie wieder zusammen mit den anderen sachen die hier immer wieder mal spornen als sporn im anführungszeichen und die werden jetzt einfach einsortiert das habe ich beim letzten mal gemacht ich habe sie einfach hier mit in das system integriert wo sie jetzt einsortiert werden ich glaube das ist der vierte oder der fünfte von der reihe da werden die glaube ich ungefähr einsortiert da oder da und dementsprechend baut sie nicht mehr mitnehmen ich habe mich nämlich ein bisschen schlau gemacht und zwar bräuchten als nächstes ein paar melonen weil durch melonen gerne oder melonen kann man regenerations tränke sind das glaube ich machen glitzernde melonen braucht man dafür und wir wollen ja melonen also irgendwelche tränke machen können wenn wir melonen also wenn wir da melonen haben müssen dann müssen erst mal ein paar samen davon finden und mit den samen können wir dann rein theoretisch auch eine melonen farm machen auch wenn wir da natürlich ein kleines bisschen gucken müssen erstmal wo kriegen alles hin her nicht hin wie ich es gelesen habe gibt es sowas in einem verließ oder in bestimmten gegenden von was stand da waldwesen also wald anwesen irgendwie keine ahnung wir laufen jetzt einfach mal in die richtung weil in die andere richtung ist ja wüste und hier ist ja wenigstens schon mal wald dann können wir zumindest mal gucken was es hier gibt vielleicht gibt es ja hier ein wald anwesen hier ist ja zumindest mal birke birkenholz muss nur aufpassen dass ich nicht dahin laufe wo über die überraschung kommt welche ich angefangen habe aber noch nicht so deutlich also man kann noch gar nichts sehen aber das ist quasi für unser großprojekt zumindest mein kleines bisschen vorbereiten damit was dann zusammen machen können aber erst mal vorbereiten schafe haben wir hier schweine haben wir hier ich weiß dass wir hier schon mal waren aber es ist schon lange her so dann gehen wir mal rüber ne oh eine kuh eine kuh ist auch gut kühe müssten eigentlich auch irgendwie mal züchten weil die kühe bringen nämlich fell und fell ist wäre das was ziemlich wichtig wäre ja müssen wir mal gucken dass wir irgendwann mal kühe züchten müssen wir mal uns eine kuhfarbe haben die gibt ja auch milch ne ich glaube die geben milch und dann kann man kuchen backen glaube ich ich will jetzt nach oben weil ich höre da noch eine kuh und ich will jetzt dieses haben dieses lede haben ist zwar nicht unsere haupt aufgabe jetzt hier gewesen leder mitzubringen aber durchs leder kriegen wir bücher und durch die bücher können wir mal eine verzauberung machen oder so weil wir haben schon 27 level das heißt wir können ganz schön viel ähm ganz schön viel damit machen wäre ja ganz cool wenn wir die auch nutzen können so auf der suche nach melonen verirren wir uns noch hier mitten im wald oder im sumpf ich würde fast schon sagen dass es ein sumpf ist ich sehe hier nichts wo hier irgendwie eine melone wachsen könnte wo hier irgendwie eine melone wachsen könnte Nehmen wir uns ein paar mit. Können wir zu Hause im heimischen Garten anpflanzen. Da ist ein Kürbis. Den hatte ich aber eben schon mal bei uns in der Ecke gekriegt. Ist ja nicht verkehrt. Kürbisse. Können wir einen Kürbiskuchen machen oder eine Kürbissuppe oder ein Kürbis Carpaccio. Oder irgendwas wird uns schon einfallen. Dann ist wieder eine Kuh. Na liebe Kühe, ich tue euch nur ein bisschen was. Was war das? Achso, das war Fleisch von unten. So sah Fleisch von unten aus. Zwei rote Pünktchen. Was ist das denn? Was sind das da? Der hat einen Kürbishelm. Okay, okay, okay. Okay. What the? Was ist das denn mit ihm? Was ist das denn mit ihm? Will ich ihn mitnehmen? Will ich nicht. Warte mal, wir gehen uns erstmal ein bisschen regenerieren. Der schmeißt mir hier mit so viel Quatsch um die Ohren eh. Hey, das kann ich dem sein Ernst hören. Alter! Scheiße, jetzt wird es langsam dunkel. Jetzt kriegen wir ein Problem. Ja, 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 ja. Pass auf, mein Freund. Ich komme, ich helfe dir. Ich erlöse dich von deinen Qualen. Was ist das denn mit ihm? Alter, gucken wir mal, wie viel Sperre hier rumliegen. Will ich ihn mitnehmen? Nee. Nautilus-Schale. Goldbarren. Keine Ahnung. Wir gehen mal da rein. Ich weiß noch nicht, wofür oder so, aber hier draußen ist eh... Es ist nicht ungefährlicher. Gehen wir mal da rein. Vielleicht ist das ja so ein Verlies. Ah, guck mal, hier gibt es zumindestens mal eine Truhe. Ah, guck mal, Kohle, 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 Kohle nehmen wir mit. Weizen nehmen wir mit. Okay. Ja, ist ja gut. Okay. Wow. Schön fies, ne? Okay, die Truhe haben wir jetzt komplett geplündert. Sonst noch was? Ah, da ist auch noch so ein Ding, ne? Ist auch noch eine Truhe dran? Nee, hier ist nichts dran. Also tief ist dann hier. Wow, aber tief genug. Oh, hier ist so eine, so eine... Das Verschwindensangeln. Ne, eine Angel habe ich eigentlich schon. Brauche ich eigentlich nicht. Ne, brauche ich auch nicht. What the... Okay. Prisma-Kristalle. Alles klar. Die haben wir schon mal abgebaut, glaube ich, oder? So eine... Irgendwann ist hier aber mit, äh... Mit unserer anderen Spitzhacke. Was? Keine Truhe? Kein Zeit. Geiziger Typ. Nein, keine Truhe. Okay. Wir können relativ weit gucken. Vielleicht ist da hinten ja was. Da waren wir schon, da waren wir schon. Das haben wir schon geplündert. So, hier oben können die uns nämlich nichts... Ah, guck mal, wie viele hier rumläuft, ey. Hier kommst du ja wohl nicht hoch, oder? Ey. Ja, moin. Aber ist okay. Ah, das ist uncool. Relativ viel, ne? Relativ viele Erfahrungspunkte. Aua. Irgendwas hat jetzt hier geleckt. Das ist schlecht. Warum legt das denn hier? Was ist denn hier, dass es hier legt? Ah, da bin ich ja mal gespannt. Wer weiß, was uns hier erwartet. Wird da gerne oben hoch. Warte. Irgendwas ersichtlich? Nee, oder? Hopp, nix. Hopp. 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 Eine schöne Aussicht haben wir von hier. Das haben wir von hier. Aber wie wir sehen, sehen wir eigentlich... Nix. Zumindest keine Kürbisse. Wird ja gerne Kürbisse haben. Hm. Dann laufen wir mal hier unten noch was rum. Hallo. Uh. So. Tag. Ja, lauf halt richtig schnell. Stimmt mit dir nicht. Da unten wäre eine Kuh. Ich glaube, wir werden hier nicht glücklich. Aber irgendwann müssen wir uns auch mal ein bisschen weiter weg trauen, ne? Aber ich... Ach. Zu Hause ist es doch immer noch am schönsten. Aber zu Hause kriegen wir nicht alles. Das ist wie mit der Geschichte... Mit der Geschichte im Neta. Wir müssen auch mal unsere Safe Zone verlassen. Okay, da unten ist eine Kuhherde. Alleine für die Fälle hat es sich ja schon mal gelohnt. Wo bist du denn? Bleibst du? Kühe schubsen. Sag mal dazu. Wir haben zu, meine. Höh. Höh. Hier ist noch so ein Explosionsviech. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Da ist noch eins. Höh. Aua. Bist mir halt in den Kopf. Blödi, Jan. Ja. So. Da sind wir doch schon wieder gut zurück auf dem Weg. Auf dem Weg zurück. Auf dem Weg zurück. Auf dem Weg zurück. Das war's für heute. Find irgendwo noch einen schönen Weg. Das sind ja richtig viele Kühe. Ist der machbar, der Weg? Oder ist der eher nicht machbar? Eigentlich eher nicht, aber... Gott sei Dank hat das funktioniert. Gott sei Dank hat das funktioniert. Ich hab schon kurz überlegt, ob ich sterbe. Ja, ja, danke. Buh, ich komme schon. Ich komme. Oh, krass, wie viele. Boah. So gut. Entschuldigung. Entschuldigung. So gut, ich brauch so viele davon. Ah, aufpassen. Aufpassen. Ah, Schweinkart. So, wo ist die Kuh? Du machst nicht mehr Mut. So. Ich muss ein bisschen gucken, wo wir hier sind und wo wir lang müssen, weil mir kommt die Gegend ein bisschen bekannt vor. Weil wir, glaube ich, in der Nähe sind von dem, wo wir noch nicht hinwollen. Ich glaube ja, ich bin mir nicht sicher. Wir haben 22 Fälle. Yes. Ich hoffe, dass wir da sind, wo wir noch nicht hin sollen, weil dann wüsste ich wenigstens den Weg nach Hause. Oh, oh. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ganz woanders. Oh, oh. Ich glaube die... Oh Gott, so einen Wald habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Ich glaube, es ist passiert. Wir haben uns verlaufen. Was sind das für Samen? Weizenkörner. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Nein. Ist nicht dein Ernst. Scheiße, wo sind wir hier? Eeeh. Ja. Hallo? Schafe? Hallo? Ich würde schätzen... Wow. Wir müssen in die Richtung. Au. Eeeh. Das war doof. Wieder her. Ja. Wir gehen mal in die Richtung und gehen mal eben ein bisschen berghoch. Aber die Kühe nehmen mal mit. Ja, wir haben zumindestens mal viele Körpers gefunden. Ah, okay, mit der Achse geht's schneller. Okay, okay, okay. Zack. 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 Ich wollte eigentlich mal ein bisschen bergauf gehen. Ich wollte eigentlich mal ein bisschen bergauf gehen. Damit ich mal gucken kann, ob wir uns irgendwo dran orientieren können. Aber ich schätze mal und fürchte, dafür ist es schon zu spät. Den brauche ich nicht. Ich fürchte, dafür ist es schon zu spät. Ich glaube, wir müssen in die Richtung. Wenn das der Schneebiom ist, welches ich meine... Aua, welches ich meine, wo wir hin müssen. Also, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Da weiß ich, wie es nach Hause geht, aber ihr dürft es eigentlich noch nicht sehen. Ihr dürft es noch nicht sehen. Da müsste ich mal kurz so lunzen. Ich glaube, das ist das nicht. Ja, ich glaube, das ist das nicht. Ich glaube, das ist das nicht. Von da oben aus haben wir bestimmt eine bessere Übersicht. Vielleicht ist es das ja doch. Mal. Ähm. Nee, ich glaube nicht. Das kommt mir gar nichts bekannt vor. Scheiße. Nee, wo stehen wir hier? Wir haben uns verlaufen. Ich will nach Hause. Ich bin nach Hause. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann gucken wir, ob wir nach Hause kommen. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Jawiß. Vielen Dank.